Theodor Mommsen, das römische Imperium der Cäsaren Spanien Die Zufälligkeiten der äußeren Politik bewirkten es, dass die Römer früher als in irgendeinem anderen Teil des überseischen Kontinents sich auf der pyrenäischen Halbinsel festsetzten und hier ein zwiefaches ständiges Kommando einrichteten. Auch hatte die Republik hier nicht, wie in Gallien und in Illyricum, sich darauf beschränkt, die Küsten des italischen Meeres zu unterwerfen, vielmehr gleich von Anfang an nach dem Vorgang der Barkiden